Große, kleine Flasche, dünne Flasche! So, die Frau und die Welt scheidige! Was macht ihr denn? Wir müssen öfter Leute eine Brande stellen. Erst aus der Übung. Schrei! Ich muss mich vor andere Kamerastellen, ja? So, nächstes Jahr trümmern wir sie dann da raus. Ich lass was hören! Schuhe, Schuhe! Schuhe, Schuhe! Schuhe, Schuhe! Schöne! Leiderlich, du meinst! Damit besser zu bringen, das nächste Mal! Fester auf den Herrn Jesus Christus! Okay, was sagt ihr? Katholisieren. Mach sie katholisch! Bleibst du jetzt eine Stunde da stehen! Das ist jetzt eine Stunde da stehen! Ein Applaus für die junge Fallschwesterin! Einmal präger stehen, drei Minuten fünf Euro!